Und öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit! Man muss diese Pulli-Wunks in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus! Ich habe die Strecke mit einem Schachmuck in Schachmuck und den Schachmuck in Schachmuck in Schachmuck in Schachmuck! Oh! Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bulli-Mob namens Knuckle-Drager hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben, für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Mein Auge! Die Knarre! Die Knarre im Schrank! Autsch! Vor langer Zeit veränderten Vier-Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich hab schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du? Mein furchtloser Untertan und Handlanger. Hahahaha! 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 Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimon. Auf, mein sehender Untertan! Warne mich, bevor ich irgendwo anstoße! Ich geh davon aus, dass du das nicht gesehen hast! Obwohl Knuckle-Drager mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Gletscher aus! Jede Wette, wir finden mein Auge in Frostbite-Kravax! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Los, wir gehen da lang! Ich höre Bullimon! Fast, Untertan! Beschütze mich, Untertan! Los, wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary! Auch! Schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden! Es heißt, seine Probungen verursachen diese Erdbeben! Entweder das, oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen! Sanctuary! Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary! Oh! Oh! Ah, ha, ha, ha... Bis dahin, Camus! Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht aus.